Mein Name ist Karl-Heinz Brandl. Ich bin hier Bereichsleiter für den Bereich Innovation und gute Arbeit. Ich werde dann genau diese Themenfelder der guten Arbeit, gerade in Zeiten der Digitalisierung bearbeiten und innovieren auch. Welche neue Ideen gibt es denn, um Beschäftigung zu sichern, um gute Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Im Kern sind es drei wesentliche Trends, die uns da umtreiben. Der Hauptpunkt, da geht es quasi um die Beschäftigung. Also die Frage wird durch die Digitalisierung, durch Workflows, durch Robotertechnik entsprechend Arbeitsplätze wegfallen und entstehen genügend neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen, wie in der IT, wie im Ingenieursbereich usw. Und da haben wir schon Sorge, weil man natürlich gerade im Dienstleistungssektor, 72 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in der Dienstleistung, da hat zurzeit unheimlich viel passiert. Wir kennen es ja, wir organisieren Versicherungen und Banken. Online-Banking kennt jeder. Da fallen dann Arbeitsplätze weg. Oder Handel. Einen Online-Handel kennt man. Also bei Amazon, da versuchen wir ja gute Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen herzubekommen. Gleichzeitig fallen aber in klassischen Handel-Einzelheiten Arbeitsplätze weg. Der zweite Kernherausforderung ist die Qualifizierung. Wie schaffen wir es denn dann, wenn Arbeitsplätze wegfallen, dass dann die Leute ja entsprechend umqualifiziert werden, um neue Herausforderungen dann anzunehmen. Und der dritte schwere Punkt ist das ganze Thema Tatenschutz. Natürlich. Mit den IT-Systemen ist damit jegliche Tätigkeit erfasst und damit können Arbeitnehmer überwacht werden in der Leistung und in dem Verhalten. Und da müssen wir entsprechend halt Regelungen schaffen, dass das nicht überhandnimmt und dass unsere Beschäftigten geschützt sind. Natürlich entstehen solche Bereiche, wo quasi mehr Selbstständigkeit entsteht, wo Soloselbstständige, die Crowd und solche Stichworte da passieren. Wir sehen aber, dass das noch nicht die große Massenbewegung ist an der Stelle. Aber trotzdem in den Betrieben findet eine Flexibilisierung statt. Und die begleitet man natürlich. In Form eben von Tarifverträgen. Bei der IBM haben wir einen Tarifvertrag zum Thema Vertrauensarbeitszeit. Da wollen wir klare Regeln schaffen, dass diese Flexibilisierung, ich kann auch mal von zu Hause aus arbeiten, von unterwegs und so weiter, dass dies aber auch zugunsten der Beschäftigten genutzt werden kann. Wir brauchen gesetzliche Rahmen, Rahmenregelungen, die quasi hier als Schutzmechanismen dienen. Gleichzeitig müssen wir auf der betrieblichen Ebene, sei es über Tarifverträge, wie auch über Betriebsvereinbarungen ordentliche Rahmenregelungen schaffen, wo eben dann so was möglich ist, wo das auch rechtssicher dann ist, dass man, wenn man im Zug arbeitet am Laptop, dass das auch Arbeitszeit ist und dann anerkannt wird. Da braucht man halt die Rechtsgrundlagen. Dann glaube ich, wird auch ein Schuh draus, dass einerseits die Arbeitgeber in Form von Innovationen, von neuen Geschäftsmodellen profitieren und gleichzeitig auch die Beschäftigten. Und das ist vor allem bei diesem ganzen Thema der Solo-Selbstständigen, der Crowdworker und so weiter, wo diese Plattformen auftauchen, die quasi mittendrin Tätigkeiten vermitteln, aber selber nicht in eine Arbeitgeberfunktion reingehen. Da soll man, das darf nicht sein, da ist auch der Gesetzgeber gefordert, dass wir hier Schutz schaffen. Es gibt natürlich diese klassischen billig-billig und nur Centbeträge, wie also Amazon Mechanical Turk und so, die quasi wirklich nur Centbeträge bezahlen. Aber es gibt auch Plattformen, wir haben jetzt vor kurzem mit der Plattform Jovoto, die so Kreative einsammelt, da ein entsprechendes Projekt gemeinsam macht. Da wollen wir schon lernen, dass man da ordentlich Geld verdienen kann, dass man ordentlich von der Plattform bedient wird, dass man da unterstützt wird und so. Also beides gibt es an der Stelle. Diese neuen Arbeitsformen, also selbstständig, eigenverantwortlich, das fließt immer mehr in die Betriebe rein, dass die Betriebe sich so strukturieren. Wir kennen Fälle in der IT-Branche, da wo ja ursprünglich rauskommen, da wo mittlerweile sich beschäftigen wir nicht mehr um einen Arbeitsplatz bewerben, sondern um Projekte und sich mit ihren Skill-Profilen quasi um die Arbeit bewerben. Mehr Freiraum ist auch nichts Falsches, wenn die Bezahlung stimmt und die Arbeit dabei nach wie vor eine gute Arbeit ist. Also wertgeschätzt wird, gut bezahlt wird und man ein ordentliches Auskommen hat. Wenn die Kolleginnen und Kollegen, die Selbstständigen, sagen, wir brauchen jetzt quasi eine Solidarität, weil wir wollen wissen, wie das mit diesen Algorithmen funktioniert, warum jetzt Herr Huber quasi den Auftrag bekommen hat und war er nicht und der Algorithmus hat das irgendwie zugeteilt, dann schließt man sich zusammen und versucht, das entsprechend zu regeln. Und da unterstützen wir. Wir haben da gemeinsam mit dem DGB auch diesen sogenannten DGB-Index gute Arbeit entwickelt mit elf Arbeitsdimensionen. Da wo es eben von Qualifizierung, über Führung, über körperliche, geistige Belastungen bis hin eben zu Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit. Auch das gehört zu der guten Arbeit, dass man eben Sicherheit hat und nicht immer dieses Hire and Fire, also heute eingeschaltet, morgen rausgeschmissen ist. Oder eben so im Arbeitsschutz auch so ein Thema wie Nichterreichbarkeit. Dass man wirklich einmal auch abgesichertes Handy ausschalten kann. Jeder sagt, ja, Sie können das Handy ausschalten. Aber wenn der Chef dann sagt, nein, es wäre schon schön, wenn ich sie auch am Sonntag erreichen könnte. Deswegen braucht man da auch solche Rahmenregelungen, um das gut hinzubekommen.